Was geht ab, Leute? Euer Frapsis hier, heute mit einem neuen Video. Heute in dem Video geht es auf jeden Fall um den Fortnite-Gegenstand-Shop vom 13.04.2022. Ich würde sagen, wir checken das Ganze natürlich gerne mal ab und switchen einmal in den Item-Shop. Was haben wir heute alles so am Start? Let's do the go, meine Freunde. Wir haben eigentlich nur wiederkehrendes Zeug am Start, also nichts so krass Besonderes. Wir fangen dann im technischen Bereich an und arbeiten uns weiter. Ich sag mal so, Freunde, diese ganzen Batik-Team-Skins sind auch zurück, wie ich gerade mit drin sehe. Wenn ich mich jetzt nicht irren sollte, sind diese nach einem Monat wieder zurückgekehrt. Ja, nimmt man mit oder halt auch nicht. Ist eine Geschmackssache. Hier oben haben wir im technischen Bereich so einige Sachen. Gucken wir uns die doch mal genauer an. Fangen wir jetzt erstmal mit den Emotes an. Savage ist nach 9 Tagen wieder zurück. Nach 46 Tagen ist einmal Schrullig wieder am Start. Nach 35 Tagen Pokey und nach 39 Tagen Lama-Wippe. Lama-Wippe, mega nice der Emote. Kann man auf jeden Fall gerne mitnehmen. Dann haben wir nochmal ein paar Patrouille am Start nach 272 Tagen. Den Schneidskin nach 33 Tagen. Dann gehen wir einmal weiter nach oben. Wir haben hier Adeline am Start nach 32 Tagen. Dann haben wir hier einmal die Pit-Stop-Scans am Start, die nach 35 Tagen wieder zurückgekehrt sind. Gibt es auch tatsächlich in der Menschen-Variante. Dann, meine Freunde, haben wir hier den Bushranger am Start. Wie ihr gerade mal drinnen sehen könnt. Der ist nach 31 Tagen ebenso wieder zurückgekehrt. Dann haben wir hier einmal den Renegade-Emote. Genauso wie Manny und Ruby. Beide Skins und der Emote sind nach einem Monat wieder zurückgekehrt. Eure Meinung nach gerne unten in die Kommentare. Ich würde mich dann so heute hier an der Stelle verabschieden. Ich würde sagen, Freunde, wir hören uns dann natürlich gerne im nächsten Shop-Video. Ich würde mich verabschieden. Wir hören uns im nächsten Video, meine Freunde. Haut rein, geht mit dem Flow. Euer Fraps und ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.